Trainer, auch wenn morgen noch einmal Training ist, der sportliche Abschluss des Trainingslagers war jetzt die 0 zu 1 Niederlage gegen den albanischen Meister. Warst du trotzdem mit der Leistung der Mannschaft zufrieden? Ja, über weite Strecken schon. Wir haben in der Defensive gut gestanden, haben ganz wenig zugelassen. Leider ein Gegentor hinnehmen müssen, da stand man nicht gut, aber in der Zuordnung waren wir vom Gegner zu weit weg. Aber ansonsten war es gut, wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir ein bisschen müde waren und trotzdem wurde in der Defensive gut gearbeitet. Wir haben ein, zwei Möglichkeiten auf unserer Seite gehabt, die haben wir leider nicht genutzt, aber unterm Strich bin ich zufrieden. Gilt das auch für das gesamte Trainingslager? Ja, morgen haben wir ja noch einen Tag, heute Abend ist Grillabend und insgesamt läuft es gut. Die Jungs ziehen gut mit, aber das habe ich auch so erwartet und so kann es weitergehen. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.